In diesem Video geht es um die römischen Bauwerke. Ich erzähle dir alles über die berühmten römischen Bauwerke und wofür sie gebaut wurden. Die antike römische Zivilisation ist bekannt für ihre beeindruckenden architektonischen Errungenschaften. Diese fanden in Gebäuden wie dem Kolosseum, den Kaiserforen und dem Pantheon ihren Ausdruck. Das Kolosseum, auch bekannt als das Flavische Amphitheater, ist eines der bekanntesten Bauwerke des antiken Roms. Es wurde um 70 bis 80 n. Chr. erbaut und war das größte Amphitheater, das jemals im römischen Reich gebaut wurde. Es hatte eine Kapazität von über 50.000 Zuschauern und wurde für öffentliche Veranstaltungen wie Gladiatorenkämpfe und andere Formen der Unterhaltung genutzt. Die Konstruktion des Kolosseums zeigt die fortschrittlichen Baukenntnisse der Römer. Es wurde mit einem komplexen System von Gewölben, Bögen und Säulen errichtet. Die äußere Fassade besteht aus mehreren Ebenen von Arkaden, die durch Halbsäulen in verschiedenen Stilen, nämlich dorisch, ionisch und korinthisch, geschmückt sind. Das Pantheon ist ein weiteres bekanntes Bauwerk des antiken Roms. Es wurde ursprünglich um 27 v. Chr. erbaut und später, nach einem Brand um 125 n. Chr. wieder aufgebaut. Das Pantheon war ein Tempel für alle römischen Götter. Die beeindruckendste architektonische Errungenschaft des Pantheons ist seine riesige Kuppel. Mit einem Durchmesser von 43,3 m war sie bis ins Mittelalter die größte Kuppel der Welt. Die Kuppel ist perfekt proportional, was bedeutet, dass ein perfekter Kreis in sie hineinpassen würde. In der Mitte der Kuppel befindet sich ein Okulus oder Auge, das als eine Art Oberlicht dient und das einzige natürliche Licht in das Gebäude lässt. Die architektonischen Errungenschaften des antiken Roms, wie das Kolosseum, die Kaiserforen und das Pantheon, demonstrieren die technische Meisterschaft und den künstlerischen Geschmack der Römer. Diese Bauten haben die Jahrtausende überdauert und dienen noch heute als Beispiele für herausragende Baukunst. Untertitelung des ZDF, 2020